Ja, ich wollte dir mal was sagen, nach der ganzen Zeit jetzt. Du weißt, ich bin ein sehr verkopfter Mensch. Du weißt, in der Phase, wo wir uns kennengelernt haben, haben wir uns auf einer sehr, sehr tiefen Ebene kennengelernt, sowohl körperlich als auch mental. Und neben all dieser Show weiß, glaube ich, keiner, was so privat bei uns abgeht, wie wir uns privat verstehen, wie es privat mit uns ist. Aber was ich gemerkt habe, in der Zeit auch, wo du im Promi Big Brother Haus warst, dass ich einfach mein Leben nicht mehr ohne dich verbringen möchte. Chance. Ja, ich mache es einfach. Deshalb, ja. Chance. Nicht zu mich heiraten. Ja, natürlich. Oh mein Gott, meinst du? Glückwunsch! Glückwunsch!